Guck dir das mal, das geht gar nicht, Alter. Nee, warte, warte. Das geht nicht. Ich lache den ganzen Tag, wieso soll ich da ernst bleiben? Was ist das für eine Scheiße, aber jetzt bleib ich ruhig. Guck dir das mal an, das geht gar nicht, Alter. Das ist nicht lustig, eigentlich. Ich hab gewonnen, ja. Ja, Punkt für dich. A little bit of laughter saves the day. We are the champions, my friend. We are the champions, my friend. Was für eine App ist das, ja? E-R-B-Phobie. 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 E-R-B-Phobie! 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 We wollen Keeper keinen Urlaub machen, in Haaland. In was? Haaland! H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Lassere, Alter! Was machen Hacker im Wald? Holz hacken. Ey, die Witsche, Mann. Warum wird der Platzwart so oft geblitzt, weil der den ganzen Tag nur an Rasen ist? Was? Warum? Hast du dich verstanden? Ich lese nochmal. Warum wird der Platzwart so oft geblitzt, weil er den ganzen Tag nur an Rasen ist? Deswegen habe ich gelachen. Ich habe es nicht verstanden. Wer spielt immer auf sicher? Mo, denn wer ist immer auf der Hut? Der ist gut, den muss ich mal merken. Ich schwöre, den muss man merken, sagst du ihm mal. Welches Tier ist in jeder Kabine zu Hause? Der Muskelkater. Das ist nicht lustig. Ja, erzähl. Wie nennt man einen Bite mit Übergewicht? Kilo Bite. Okay, der ist nicht lustig. 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 Der ist trotzdem ein Punkt für dich. Ja. Fertig? Ach!